Hallo Leute und Willkommen zu Let's Play Minigay mit dem Lennart und der liebe Lennart, erklären uns jetzt um was es hier geht. Und die müssen sich halt verstecken und jetzt sind wir schon im Ingame. Ich bin ein Cobblestone-Block und ich muss mich verstecken. Als Cobblestone-Block ist es eigentlich, ich guck mal, die Häuser sehen aber so dynamisch aus, da kann ich mich nicht als Cobblestone-Blocker verstecken leider. So, hier stellen wir uns mal hin. Scheiße, ich find kein Versteck. Hier, hier drinnen. Ich hab mich jetzt in so einer Rinne versteckt als Cobblestone-Block. Wenn ihr 3000 Tokens habt, könnt ihr euch außerdem auch ein Class-Selection-Menü kaufen. Also, ihr könnt euch frei... Uh, ich bin ein solider Cobblestone-Block. Ich bin auch ein solider Dirt-Block. Aber das mit dem Spiel ist eigentlich noch recht langweilig. Ich find's eigentlich recht geil. Das ist lustig. Ja. Also, die ersten, die mal recken, sind übrigens Loops. Ich sterb immer so... Ich sterbe nur am Anfang, wenn ich irgendwie irgendwie scheißversteckt hab oder so. Ich bin in so einer Wassergrube. Leider, weißt du, wir haben ja eben schon... Ich hab eben schon eine Runde angezockt mit ihm. Da war ich im Blumentopf. Hab mich neben den Blumentopf gestellt und keiner hat mich gefunden. Und ich und ich wurde verfolgt die ganze Zeit und hab nur noch gewartet, bis der Time-Count zu ändern. Alter, du scheißt... Der scheiß Cobblestone-Block soll von mir weggehen. Der Cobblestone-Block will mit mir in die Rinde. Geh raus, du scheiß Block. Ich find das scheiße, wenn man das Sieger ist, dass man das dann anhört, wie als ob man es so anzuschlägt. Alter, ich wurde grad geküsst. Florian. Nee. Ich bin aber nicht der Erste, der gestorben ist, also. Ja, also. Ich war der Viertel. Auch schlecht. Guck mal hier so schreiben, welche YOLO. Was von Blockarten gab's eigentlich in diesem Match? Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall Erde. Das ist irgendwas von einem Teich gesagt. Alter, der eine... Typ ist gerade über mich gesprungen, der Jeff. Ne, fick dich, Dave, Alter. Jetzt ruft der mich an. Der Hinder der Wichser. Dein Dirtfeld bist du vielleicht. Da wurde grad'n Dirtblock gekürt. Das war aber nicht ich. Wo bist du? Du hast ja eigentlich gesagt, du versteckst dich in deinem See. Ich muss Wasser auch so bestimmt jetzt irgendwie in einem gefroren im See, wo dich keiner findet. Hier steht'n Dirtblock mit auf dem Feld. Ich tauche mal nach dir vielleicht bis... Hier ist Obsidian drin, aber kein Dirt. Ich hab's aufgerufen. Es war auch schon mal vorgekommen, dass ein Blocken Sieger gekürzt hat. Da war ein Zehn Blöcke, die sind auf ihn losgegangen. Oh mein Gott. Einer hat er gekürzt. Weil ich versteckte sich hier oben, jemanden in der Wendelzwelle. Alter, das ist alles so hart hier. Wiesel-Lauf-Nichter. Wo bist du, an einem Teich, oder? So ein irgendwo, wo Wasser ist. So befreundet oder nicht. Alter, noch eine Minute, Leute. Das wird halt... Alter, warst du nicht der Dirtblock, den ich grad gekürt hab? Neun. Der war aber auch in einem Teich. Steht neun zu neun, ne? Nö, es gibt neun, Siegern, neun. Oh fuck. Ich hab' Gravelblock. Der bin ich aber nicht. Auch in einem Zeh. Wieso trinken die da nicht? du bist in einem Gewässer da gibt es viele Seen ich bin auf dem Erntefeld meinst du dort wo die ganzen scheiß Blöcke rumstehen nein im Erntefeld wo das ganze Weiße rumliegt an der Probe siegte es in der 96 wir machen jetzt ein Kapps die Runde beginnt es kräfte schau er sei heute willkommen zurück es geht los und diesmal sind wir ein so ich bin ein Buckschef als Buckschef hat mir keine Chance glaube ich so ich bin ein Zaun und versteck mich versteck mich an einem anderen Bücherregal danach werden wir vielleicht noch ein anderes Minigame hier auf Hive aufnehmen du wirst aber noch nicht welches da kommt gerade ein Amboss auf mich zugelaufen das ist so witzig wenn man sie wie die Blöcke sich bewegen die Sieger wird scheiße Siegers und Bobbys die ohne Geld nicht spielen können ey das ist jetzt mal ritziger Fail oder? was? das ist ein Fail sag ich was denn? ja ich bin ins Wasser gefallen wie näher dich sieht wie du dich bewegst ja das ist jetzt natürlich not geil ne fuck blub 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 L das ist der erste der infiziert die Welt sowohl sind die Zieler zuerst das ich hab den übelst weggeschlagen mit dem Knopf jetzt sie jetzt siehst du immer jetzt sie ist halt immerhin jetzt kann es halt auch sehen wie wie es dem Sieger so ergeht Uwe ein Amboss Block ist da Hanna kann es mir sagen wo Blöcke sind ich weiß nicht, ich verstecke mich gerade selber wo denn verrate ich dir noch nicht ich verrate mich an der Holzsäule in einem oberen Stockwerk in einem gewissen Gebäude das ist ein Holzblock, was ist denn ein Block? äh, Holz über den Scherzbimper Bokscherf versteckt mich in einem Gebäude im zweiten Stockwerk ich verfolge gerade einen Block im Wasser fuck da kommt ein Sieger auf mich zu, das ist richtig das ist irgendwie jetzt gerade scheiße er geht er geht nicht mehr ins Gebäude rein der geht sofort weg, der bemerkt mich nicht ich hab ihn aus dem Fenster rausgesuckt der ist nicht ins Gebäude gelaufen obwohl er mich groß und fett am Fenster gesehen hat da läuft wie ein Amboss Block rum ich weiß eine Zeit, du Wichser du bist so ein Wichser, eh du bist so ein Wichser, eh lass mich heraus, dass dieser Scheißkammer da läuft auch die ganze Zeit ein Amboss Block rum und da weiß ich, der erste gestorben ist ja hust, hust da war doch einmal ein Amboss ich schlag mal auf Amboss Blöcke drauf mach ich jetzt auch das ist doch ein komisches Geräusch das kommt ja wenn du so auf Dr. Schlechts wo ist der Amboss Block, den ich eben verfolgt habe ich ich bin hier wieder runtergebackt hallo kennen hier war hier ist der hoch steht während noch eine sekunde das war's Jürgen Köln hat das war's und wir sehen uns beim nächsten Mal